Musik Okay, jetzt gleich können wir ein bisschen noch nach oben gehen Aha, was haben wir denn hier, Feines? So Oh, das sind Bombenfässer Oh, jetzt ist es auch noch nass Weiter geht die Steckerei So, meine Damen und Herren Kommen wir da dran? Da kommen wir nicht dran Aber da kommen wir dran Boom Ah, ich lieb's Ist ja noch, kann ich den Stein runterwerfen? Ist hier oben ein Stein drauf? Nee Ja, die Irrknospen hat wirklich sehr viel gebracht Feuer Stopp, da stehen sie doch jetzt alle beieinander Nein, ich hab nochmal gedrückt Schade Fast zurückgeworfen Oh, schöner Kampf Oh, da gab's den auf die Zwölf Der hat Kopfschmerzen Schöner Schlag Hast du gerade Tulin geschlagen? Schau, doch einmal Tulin Oh, Max Hm, das ist schwierig Großartig Grüß dich, wie geht's hier? Das ist schwierig, Max Dafür hättest du mir helfen müssen Das ist so geben und nehmen mit helfen, ne? Weiß nicht Oh Mann Das kriegt halt auch so viel Schaden hier Da haben wir's Hast du Tipps, wie man schnell Essen sammeln kann? Puh Ähm In HT, da gibt's die Höhle Da gibt's immer Maxi-Sachen Da gibt's ne Maxi-Trüffel Immer nach nem Blutmund neu Und sonst würde ich einfach immer Tiere farmen gehen Die halt rumlaufen Die ganzen Rehe und so Das ist eigentlich so, wo ich am meisten Essen mitbekomme Das wäre möglich, Max, ja? Ich fände dir nicht böse Sonst so einen richtigen Tipp Natürlich kannst du bei Händlern auch einzelne Zutaten noch kaufen Aber ob's das ist Ist, glaub ich, auch zu teuer Ist ein bisschen Geldverschwendung Aber jetzt so einen richtigen Tipp Schnell an Essen Hab ich keinen Hab ich keinen, ne? Okay, der Tom war jetzt hier sauber gemacht, ne? Keine Truhe, nischt Hallo, Lunis Hallo, Urlaubs-Lunis Wie geht's hier? Sind sie zufrieden? Mit der aktuellen Situation? Bäh Danke dir, kein Problem Wenn wir her mit dem Fall Bin sehr zufrieden Awesome Na, den Berg Weiß nicht mehr, wie der heißt Meinst du, ein Todesberg oben Kann man da gut Essen bekommen? Hier zum Beispiel die Tiere, ne? Alles klar Muss man ein bisschen vorher sehen Und denkt dran Headshot bei Tieren Gibt halt immer Äh, sind immer sofort tot Wildschweine auch Bären auch Gut Sind bitte zu faul Um Essen zu farmen Korre, ist aber nicht zu schwer Also um faul Essen zu farmen Äh, wollte doch einfach nur einen Tipp haben Oh mein Gott Ist jetzt alles hier? Ich hab nur Waffen, wo es kracht, ne? Wow Ein Bummer Das geht auch noch Ein Krog ist hier, okay Was hast du gegessen, Lunes? Oh, die Krogmasse ist wieder weg Wir gehen zurück Bin ich komplett lost? War das am Wasser? Das war ja für den Support Den Herrn der Wildnis Wer war das denn nochmal? Safe, Widerstein Hä, der Wildnis Die frühe Dements Kickt anders rein Fussball gespürt mit Butter Spiegel Ei Darauf mit Tomaten Das ist geil Hört sich gut an Wir gehen hier weiter Ja Ja Ach Ist der nicht hier oben? Da Du meinst nicht Marlon, ne? Weil das Pferd ist unendlich ausdauert In Hyrule Okay, dann weiß ich gar nicht, was du meinst Oh, ich hab gesehen Können denn das und dachte mir Das wäre auch jetzt Ja Gute Sache Den Berg in Hyrule Ungolberg Lüftung Can set up Lange Schlangen beim Reingehen Drinnen ist es sehr warm Es gibt eigentlich immer eine 4-Band Bei SDP gibt es keine Pause Aber safe eine 4-Band Ach Jo, Jojo Dann weiß ich, was du meinst Hunter Wenn der Jojo das auch verstanden hat Green ist da Ja, okay Vielen Dank für den Support auf TikTok Ja, dann danke fürs Folgen Vielen Dank Dankeschön Wir laufen mal hier drüber rum Ja, ich weiß noch Ich hab gefragt, wo es Im Urlaub hingeht Und meinst der SDP-Konzert Ich hab so viel Chilis Kann das sein Da ist der Krok Ah, Schnüff Oh Hier wird der Nervt so Ich hab hier mit dem Feuerstab rum Ich kann gar keine angreifen Oh, das sind schon echt viele, ne Aber egal Ich seh jetzt nicht so wirklich den Reiz Drinnen Warte mal Kann ich nicht? Schade Ich hätte weiterwerfen müssen Mein Schwert Müsst du näher dran sein Aber SDP wird gut, glaube ich SDP wird gut Der wirft das einfach nicht so weit, ne Oh, okay Spaß Irgendwas ist passiert Irgendeiner war richtig sauer Ich hab auch von den Ja, okay Dann ist ja in Ordnung Dann geht's ja noch Auf jeden Fall drin ist es sehr, sehr warm Sehr warm Ähm 48 da Hoffentlich wird sie ganz gut gefallen Mit dem Konzert Der ganze Loot ist jetzt weg Wie in dem Gewitter, denke ich mal Schön So Ist noch ein bisschen Können wir das fotografieren? Haben wir Ich bin, was Konsolen angeht, leider einer von denen Die Sofort Hier haben wollen PS5 War ich auch vorbestellt Ich konsolasse alles gerade hier momentan Super Nintendo Mini PS5 Die Switch Und Super Nintendo Hallo Ja Das sind die ich gerade habe Peace Versteckte unteren Ergänge Da werden wir noch suchen müssen Die haben sie ein Spielverkehrt Ja genau, kein richtig Assortiert Keine Lösungsbuch Ne, habe ich leider nicht Vorzüge Nintendo Eher als Playstation Ähm Ja Ich mag halt so ein paar PS5 Spiele Sehr gerne Ein paar Playstation Exklusives Spiele Ja N64 Richtig Die alten Konsole Hatte mein Vater alles Der hat die auch damals gekauft Als die rauskam Und deswegen hat er die auch noch Das ist mal eine Frage der Zeit Soll es ruhig noch sehr lange dauern Bis ich die auch habe Äh Ich habe einen Mod Hunter Ähm Aber ich glaube Das mit dem rausschmeißen Und stummschalten und so Das kann nicht jeder TikTok streamer, oder? Dafür muss man irgendwie Verpartnert sein oder so Keine Dank für den Support Hast du schon Koke besiegt? Äh Ich muss ihn noch einmal besuchen Einmal noch Im Nordwesten Entschuldigung Vielen, vielen Dank fürs Folgen Auch hier Dankeschön Hier oben, ne? Irgendwo hier oben ist er Müsste ich die Quest aufmachen Dann wüsste ich wo Fünften Waisen habe ich ja Ja Der läuft nicht mit rum Weil es mir immer zu viel ist Die vier sind mir manchmal schon zu viel Gibt es hier Mods im Chat? Ja Soll ich hier sagen Wo das ist? Ich habe die Quest schon dafür Ich wüsste wo der ist Zirka Müssen wir noch hingehen Auf Twitch habe ich Mods Äh Kampfzirka ist eigentlich auch Mod Auf TikTok Aber ja Unnützes Wissen Erste Mal heute Bill Clinton hat während seiner Amtszeit Nur zwei E-Mails selbst geschrieben Mit einem geheimen Einbegang Wir werden ihn suchen Nicht verraten Ähm Ich rätsel da sehr gerne selber Verzweifle auch sehr gerne selber Das ist mein Hobby Das ist mein Hobby Verzweifeln Das ist nicht Aber Alphok ist da heute noch mit Minecraft Wer ist hier der Mod? Eigentlich Kampfzirka Die muss aber nicht auf TikTok sein Das ist vollkommen in Ordnung Gehe ich mir leise Nicht so Nicht so aufnehmen Alles gut Alles gut Waren wir jetzt hier schon? Einmal so durch Ja Michelle danke fürs Folgen Ich grüße dich Wir gehen aber hier einmal rum Oh verdammt Was ich denn aussieht Die 5 GameCube, VM, WiiU, Switch, Xbox, X Geil Ich will danke fürs Support Liebe Konsolen Ich kann nur nichts mit der Xbox anfangen Weil ich halt ein PC habe Ich muss ja ehrlich sagen Wer halt einen guten PC hat Der braucht auch keine Xbox eigentlich Kann man eigentlich ein Foto von Iratia machen Wenn man Schon besiegt hat Das weiß ich nicht Ich weiß nur Dass man auch die Fotos kaufen kann Ich frage mich Wie schnell ich gebannt werden kann Ich habe hier einen Tourlauf Ich muss nur zwei Klicks machen Das ist kein Problem Ah Wackelkontakt bei Kopfhörern RIP Ganz mies Welche holst du dir? Ich würde gerne auf TikTok auch halt manches muten können oder so Oder stumm schalten, timeouten, wie auch immer Aber es geht nicht Ich kann es selber nicht machen Ich kann nur Leute melden Und sieben, ich grüße dich Thema Kopfhörer Das ist wie mit Leuten Eine Debatte zu führen über Star Wars oder Star Trek Aha Coolige High Five ist hier Hätte mir auch noch gerade noch zugewunken Das ist aber nett 52 Stunden Batteriezeit Nice Wichtig Können wir das so hin? Und wir hatten am Anfang noch Angst gegen die Hände Wir hatten noch richtig Angst Welche Waffe habe ich Die habe ich genommen Ich bin schon sehr kulant Ja Aber ein paar wurden auch schon gebannt So ist es nicht Oh, dann haben wir wieder Pulling-Schaden bekommen Sehr viel Dank für den Support So früh gesprungen Stell mir doch dämlich an Da haben wir es Sehr gut So weit weg Sehr teuer Max Sehr teuer Sehr gut Schuhe Sehr gut War erfolgreich Keinen Bogen bekommen Aber meint Haben wir So hieß ein Krog Wenn die Hände sind Hier waren wir doch nicht Hieß ein Krog Wackel jetzt Maske Nichts Hieß ein Krog Das ist kein Krog Da ist ein Krog 96% Guter Wurf Oh, ich hab hier sonst Sonst gar nichts Da ist es Da haben wir es Bist du in der Palliergemeinschaft? Wahnsinn Kann schon, dass du da schon was da dir auch zurückgeholt werden beim Blutmund. Was meinst du, Hunter? Auf was bezogen? Sehr gut, Max. Für alles gerettet. Geht das auch hier mit dem? Ist ja auch ein Stein eigentlich, ne? Ohne zu sitzen. Achso, nicht da war es. Achso, ne. Das war darauf bezogen, Hunter. Ich hab eben hier geschaut. Upp, hier war ich noch nicht. Deswegen wusste ich das. Ohne zu sitzen, natürlich. Da wird ja noch mal Zeit. Geist auf Twitch? Puffels. Kommt gerne rüber, guckt aber einfach nur da, wo ihr euch am Wurzeln fühlt. Wo es für euch am einfachsten ist, ne? Willst du keinen extra rüberholen oder so? Aber einfach da gucken. Was den meisten Spaß macht. Und jetzt ist es ein paar Mal. Als 1911 die Monalyse aus dem Louvre verschwand, wurde Pablo Picasso verdächtigt, das Gemälde gestohlen zu haben. Schön. Ist das eine Mod, das du sehen kannst, wo du schon warst? Nein, das kannst du in Hatene bekommen. Ich kann es dir genau erklären, wie du willst. Aber ich gebe dir immer nur gerne ein paar Hinweise. Und es gibt eine Quest vorher im Spähposten, die du erledigen musst, damit du in Hateno da weitermachen kannst. Oh Gott, dafür brauche ich, also. Michelle, vielen Dank fürs Folgen. Dankeschön. So, Dankeschön, Michelle. Sehr nett. Also, hier steht Hexakosioi Hexakontaxophobica werden Menschen genannt, die Angst vor der Zahl 666 haben. Auf Lock. Ich calle jetzt schon und das kann ich durch die Verzögerung sagen. Schreibt jetzt einer, wie hieß das nochmal? Ja. Ich kenne euch. Es heißt natürlich Hexakosioi Hexakontaxophobica. Ganz klar, Leute. Der israelische Professor Benny Schäden glaubt, dass Moses stoned war, als sie die 10 Gebote am Berg Sinai empfingen. Hallo, Pupsgeist. Ich grüße dich. Vielen Dank für die Reset beim 11. Monat. Vorhautflimmern. Was? Da ist das. Hallo, Pupsgeist. Wie geht's dir? Michelle, danke für den Support. Dankeschön. Danke, danke. Bei den italienischen Wahlen im April praten über 180 Parteien an. Darunter Dr. Krillios Partei der impotenten Existen... Die Partei der impotenten Existenzialisten und die Rudere nicht gegen den Strompartei. Gut. Leute, hier lernt ihr noch was fürs Leben. Adoxian, vielen Dank für den Support und Jack hier auch an dich. Dankeschön. Hä? Hä? Das hext den rückwärts nochmal. Rekibo hab Aks E H A T No X E I O C 0 A X H Hallo Laura, ich grüß dich. War das jetzt vier? Es waren vier. Oh. Genau. Hi, herzlich willkommen. Rat machen bitte auf Switch. Waffling, alles klar. Waffling Error. Willkommen hier auf Twitch. Habt nicht verstanden, geht es noch vorwärts. Macht den Clip vorlegen. Und bitte flüssiger, gibt es nicht. Hat noch zu tun, aber im Hintergrund schaue ich zu. Alles klar, Pulsgeist. Viel Erfolg, viel Spaß. Macht euch einen Clip, Leute. Danke dir, Jackie. So. Es geht nicht damit, ne? Und ich habe auch keine Waffe. Grundstein drin ist, nein. Ähm, ich weiß nicht, was Vorhautflimmern ist. Will, 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 will ich es wissen? Ne. Gar kein Bock auf Schule morgen. Wie viele Stunden hast du morgen? Der Fisch ist schon an Land gesprungen. Der wollte einfach dazugehören. Acht Stunden, holy shit. Lieber nicht, sehr gut. Ja. Lassen wir das, nehmen wir mal außen vor, ne? Außen vor. Acht Stunden morgen in. Boah. Brutal. Ach, da war auch ein Stein. Boah. Wir Stunden davon sind einfach. Was für ein Fach? Die Facecam auf die Spiegelverkehrt. Richtig. Ähm. Damit das so aussieht, dass ich, als ich, dass ich... Damit das so aussieht, als würde ich ins Spiel schauen. Wäre die nicht spiegelt verkehrt, würde ich quasi weggucken. Deswegen habe ich hier da gespiegelt. Schule ist geil. Würde ich gerne nochmal machen. Würde ich auch nur machen, wegen der Freizeit, die man hat. Sonst würde ich... Bin ich tausendmal dankbar, nicht mehr in der Schule zu sein. Genau. Und auf TikTok sieht man es ja eh nicht. Das ist ja quasi irrelevant. Ich müsste ja eigentlich quasi nach unten gucken. Ah, Entschuldigung, was ausprobieren. zum Elektriker, ne? Da war doch was. Wir haben auf die Insel, wa? Das ist keine Insel. Warum sage ich Insel? Okay, wir gehen aber hier hin. Ja. Ja. Hit, hut und hüp. Kann keinen Clip machen. Danke dir, Twitch. Da finde ich random diese Kiste hier. Schön. Truhe, wie auch immer. Hauptsache Italien. Hm. Ich lasse mir einen Master-Shot-RT drucken von meinem Papa. Holy shit. Wie groß wird das? Das ist nice. Da kann man nur neidisch drauf sein, sowas dann zu besitzen. Also, ich hab eigentlich schon, dass jeder einen Clip machen kann. Wenn ich's ausgestellt oder so. Genau, Fachbezeichnung. Ja, ja, ja. Her damit. Hier mal hier noch darüber. Wer wird da? Meine Hand grüßt vielleicht. Das ist doch schon nice. Das ist schon nice. Hast du denn noch irgendwie ne Vorrichtung zum Reinstellen oder so? Hier waren wir eben, ne? Die Küssen sind safe, ja? Ja, hier waren wir eben. Das hält man in der Hand. Okay, ich dachte, du würdest es dir irgendwo irgendwo hinstellen. hier gehen wir runter und dann den Panorama-Berg hoch. Ja, die App von Füji ist jetzt nicht so cool. Gibt ja, glaube ich, ein paar bessere. Zwei, drei. Auch nicht. Was Witziges verpasst. Ach, wo soll ich da anfangen? Ich hab noch unnützes Wissen vorgelesen. Das war anscheinend witzig. Elektroenergieversorgung und Sicherheit von Anlagen und Geräten konzipieren. Geil, das hört sich nach so viel Spaß an. Ein Träubchen. Im Alp davor. Okay, dann gehen wir erst da hoch. Ja, komm. Okay. Markus Spezialgebiet lesen. Also hier muss doch was sein. Ja. Elektrotechnische Systeme analysieren und prüfen. Auch ein Träumchen. Aber macht es denn immer ein bisschen Bock, Simon? Auch so im Allgemeinen die Ausbildung macht die Bock. Willst du es weitermachen? schreien. Üah. Haben wir es? Ja. Ein Schniff. Ja. 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 Hattest du das Wort, Pudding? Es ist ein bisschen beängstigend, dass du es schreibst. Ah, okay, du hast es daher googelt. Verstehe, verstehe. Du hast die Angst. Okay, okay. Sowas kann man nicht fotografieren, ne? Ne. Haben wir dich denn schon, Kollege? Ein Füßig-Schreier. Ja, verstehe ich. Denkt sich solche Wörter aus. Eine unglaublich gute Frage. In einem Cluster, das ist schön. In Bänder habe ich schon Kindergarten gepackt. Aber gut, die können auch nicht lesen. Das Cluster auch nicht. Ist eigentlich schon ein bisschen beleidigend. Aber okay. Kein Dank für den Support. Kannst du mal deinen Hero-Mode zeigen? Ja, das war so ein Hero-Mode. Hero-Mode? Ah, du meinst, äh, ja, ja. Da sehen wir ihn. Ein bisschen näher ran können wir dann noch ein bisschen besser sehen auf TikTok dann. Kindergarten-Kinder auch besser. Ja, okay. Dann aber, dann bin ich immer noch besser als diejenigen, die nicht im Kindergarten waren. Aber man muss ja immer das, das Gute sehen. Und dann wird er noch Steuerung und Regelung für Systeme und Programme realisieren. Und dazu noch Energie-Wandlungssysteme ausführen und integrieren. Schön. Und die macht ja auch so ein Bock. Und die Lehrer, die ich bekomme, sind so lustig, die haben doch weniger Bock. Cool. Das ist voll cool, ja, auf jeden Fall. Es hilft auch unglaublich, nachher noch herauszufinden, wo sind noch Höhlen, wo sind noch Korks. Ist echt gut. Oh, da verteilt sie wieder. Ja, das ist in Ordnung. Vor allem ging es in den letzten Wochen, Monaten nicht gut. Irgendwo musste sie sich pushen. Nimmt jede Krankheit mit. Fuß kaputt. Kriegt Hagelkörner ab. Da bin ich gerne Stütze. Wir kommen bei den Hatten in das Institut. Du kannst ja gar nicht reingehen, Hunter. Marco hat es auch verdient. Alina, was hast du mit diesen Menschen gemacht? Und Max. Ist das Institut bei dir zu, Hunter? Pudding, ich glaube, du weißt das ja noch, wie die Quest-Reihe heißt im Spähposten, oder? Holy shit. Jetzt haben wir Alina, Aileen und Paulina. Du hast Pudding zu einem Monster gemacht, Alina. Hallo, Paulina, ich grüße dich. Wie geht's dir? Hallo, ihr lieben Menschen, kleiner als drei Puffelzerz. Alles gut, Paulina. Vielen Dank für den Reset am 25. Alles wieder soweit in Ordnung? Besser vielleicht? Ja. Achso, es ist ein Klapp-Aus-Klapp-Schwert. Was? Ach. Ein Klapp-Schwert ist es. Okay. Danke, Max. Könnt ihr mir noch kurz helfen? Dazu hat ein Lehrer mir letztes Spiel mal in einer 1,0 Durchschnitt zerstört. Okay, Schule läuft also auch bei dir. Ja, nein, ich zieh das durch, ne? Sollte Leute wirklich brauchen unbedingt. Ja, viel ist besser geworden. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Mir geht's gut, ich kann nicht klagen. Wir haben ganz viel Kekse. Also, könnt ihr mir kurz helfen? Also dem Hunter helfen? Hunter ist ein guter. Ein Kalb aus Klapp-Schwert. Ich weiß nicht, was das ist, Kai. Johnny, danke für den Support. Was für eine Quest musst du mal doch beim Spähposten annehmen? Oder machen, damit man in Athene ins Institut kommt? Und die Quest ist Volk im Untergrund, Johnny? Farbe und Ausfaber, jetzt verstehe ich's. Okay, noch cooler. Das ist gut, Holy. Ich bräuchte noch auf meinem Dachpasten circa 4.500 Pendels. Kannst du mir das am Wochenende machen? Ah, okay. Danke dir, Johnny. Yosha. Die Quest ist Volk im Untergrund und dann mit Rubilo sprechen. Hunter, da hast du's. Danke an alle. Hat Hunter geschrieben. Danke euch, Leute, fürs Hilfen. Hallo. Hi, ich kann den Namen nicht lesen. Hallo. Irgendwelche Zeichen bei mir. Danke für den Support. Sind hier Crocs-Symbole? Wir haben hier noch keine Crocs. Oh. Flexize, konzentriere dich aufs Spiel, ja? Nicht auf dem Chat. Ganz wichtig. Mach mir nicht den Arm kaputt. Das ist mein Name in Ruhe. Ich hatte mein Englisch, der damals hieß Balen mit Nachnamen und mir ist komplett ausgerastet, wenn man seinen Namen falsch ausgesprochen hat. Also manche Leute sollten auch einfach kein Lehrer werden, ne? Okay, Markepulis. Also. Das ist so 1995. 1995. Nein, 96, ne? Genau, Simon, genau. Wenn du mal eine Woche in der Zeit hast oder einen Tag abends einfach mal, kriegst du ja hin, ne? Ich stelle dir auch eine Schermbüte hin. Ben, jetzt bringst du mit, hast du gesagt. Bringst du im Kofferraum mit. Da war doch was. Ich suche gerade einen Croc, ja? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Der Staub? Du bist mit dem Croc vorbeigelaufen? Warum auf den Berg? LOL. Nicht gesehen. Danke euch. Sarah oder H? Ohne H. Hm. 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 Leute, schaut. Hallo Sarah. Sehr gut. Okay, Pudding zieht sich auch durch bei allen. Okay, das ist schön. Hallo Sarah oder H. Danke für den Tipp, Leute. Ich bin wirklich aber noch nicht gesehen. Dass ich durch euch mir Selle geholt habe. War mein erstes Selle und jetzt habe ich ein paar Rasen im Leben gebracht. Bin jetzt auch entspannt, 160 Stunden im Game. Und finde es wundervoll. Oh, das freut mich, Ballina. Das freut mich. Ich bin auch absolut verliebt in dieses Spiel. Das freut mich, Ballina. Hast verdient. Freut mich, euch kennenzulernen. Bin neuer. Hallo Sarah oder H. Kennt einer von euch eine Sarah mit H? Ich kenne doch Sarahs mit 2 A. 1,1 Millionen. Also ein Stream, meint es Simon. Alarm bei der Radial ist okay. Du heißt Sarah. Okay. Möchtest ich Sarah? Hallöchen. Was passiert eigentlich da? No way. Es klappt nicht, ne? Klappt das? Nö. Die wollen mich essen. Ferd, hau ab! Schöner Schuss. Aimtechnisch wieder die Crème de la Crème, meine Damen und Herren. Okay, was ist bei der Funkelfrucht? Da wird die gestunt. Okay. Die Hände sind wirklich nicht so nice. Gibt's auch mit Z, stimmt. Willkommen zurück, Shoujo. Warum kommt... Ich hab irgendwas Gefühl, dass Funkelfrucht oder Irrknospen irgendwas komisches mit den Händen macht. Punkt, danke für den Support. Oh, aufpassen, Pudding-Schaden. Stimmt, Aileen hatte ich... Auf der alten Arbeit einer. Okay. Den besiegen wir gleich, wenn wir die doch mal sehen. Miasma-Lanze. Plus Miasma-Schwert. Hab ich Miasma? Ja, haben wir. Ganz spannender, 81 Schaden. Schön. Ist weg, bis gleich. Ich hab den Abend gewöhnt, das ist auch okay. Das ist ja auch okay. Schönen Abend noch, Aileen, ne? Schön, dass du da warst. 11 Schaden. Sollen wir den Bogen behalten? Hm. Mal gucken. Es ist wirklich komisch, dass immer noch kein Blutmund war. Das ist切, aber es ist wirklich komisch. Das ist einfach klar. Das ist immer doll. Vielen Dank.